Wunderbar, dann starten wir. Mein Name ist Miriam Kosch. Willkommen zum Talk Sharing is Caring, digitale Präsenzprüfung im Verbund. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in der E-Assessment Alliance der Universitäten, wie sie hier auch schön mit Logo aufgeführt sind, gemeinsam im Verbund digitales Prüfen voranbringen. Mit meinem Talk oder mit diesem kurzen Einblick möchte ich zum einen ein bisschen, wie gesagt, einen Einblick geben in unsere gemeinsamen Bemühungen, Kooperationsprüfungen durchzuführen bzw. uns gegenseitig unsere Ressourcen zur Verfügung zu stellen und ihnen auch einfach mal ein bisschen zeigen, wie wir als Universitäten einzeln oder auch gemeinsam digitale Präsenzprüfungen durchführen. Dazu habe ich folgendes mit Ihnen vor. Zum einen möchte ich natürlich kurz von der Problemstellung oder sage ich mal von den infrastrukturellen Herausforderungen, von der wir gerade stehen, berichten. Weiter geht es dann mit den Konzepten der E-Assessment Alliance und auch unseren Zielen und Herausforderungen, wobei ich gerade feststelle, dass das von der Reihenfolge nicht ganz so passt, aber das wird schon Herzchen hauen. Und weiter geht es mit den wichtigsten Learnings, die wir aus unserer Kooperation bisher ziehen konnten und ich ende dann mit einem kleinen Ausblick. Diese Folie werden Sie in den vergangenen Monaten sicherlich schon in der ein oder anderen Variation gesehen haben. Es geht um Corona. Vor der Corona-Pandemie waren die meisten Prüfungen oder schriftlichen Klausuren über das Plan-and-Paper-Format abbildbar. Doch zu Corona, wo die Studierenden alle zu Hause, von zu Hause aus oder von wo auch immer auf der Welt studiert haben, hat sich das Prüfungsformat in ein digitales Distanzprüfungsformat verändert und die Studierenden haben die Prüfung auf ihren Geräten zu Hause geschrieben. Das hat dazu geführt, dass ein paar Lehrende jetzt auf den Geschmack gekommen sind, was digitale Prüfungen angeht, insbesondere was die Vorteile angeht. Das ist eine effizientere Prüfungsgestaltung oder auch eine effizientere Korrektur durch die teilenautomatisierte Auswertung. Das heißt, die Lehrenden wissen die Effizienz zu schätzen und möchten jetzt gegebenenfalls auch nach Corona weiterhin digitale Prüfungen durchführen. Das lässt sich aber zumindest im Land Berlin nur teilweise als Distanzprüfung weiterhin durchführen. Wir haben zum Teil noch keine rechtliche Voraussetzung für Fernaufsichtsprüfungen. Das macht so gesehen aber auch nicht so viel, weil viele Lehrende auch skeptisch sind in Bezug auf die Validität von Distanzprüfungen, insbesondere auch vor dem Hintergrund von ChatGPT. Das bedeutet, dass die Lehrenden jetzt in Präsenz gerne ihre Prüfung durchführen möchten und wir uns konfrontiert sehen mit, sage ich mal, einer gestiegenen Anfrage an digitaler Infrastruktur für Präsenzprüfungen. Wie können wir darauf jetzt also schnell reagieren, um die Vorteile von digitalen Prüfungen bestehen zu lassen, nämlich die Effizienzgewinne für die Lehre und gleichzeitig ein attraktives Angebot zu schaffen? Unsere Antwort darauf ist die E-Assessment Alliance. Das ist ein Projekt im Exzellenzcluster der Berlin University Alliance, das bis Ende 2025 bestehen wird und ist ein Zusammenschluss aus der Freien Universität, der Humboldt-Universität zu Berlin, der Technischen Universität und der Charité Universitätsmedizin. Das Ziel des Projektes ist insbesondere die Weiterentwicklung, Etablierung und Standardisierung digitalen Prüfungs an den einzelnen beteiligten Universitäten, aber halt auch im Verbund. Wie gehen wir also dieses infrastrukturelle Problem an, der bestiegenden Nachfrage und begrenzten Infrastruktur, die wir jeweils in den Häusern zur Verfügung haben? Sharing is caring. Das ist unser etwas Pani-Titel für ein Konzept, in dem wir uns gleichzeitig unsere Raumressourcen zur Verfügung stellen. Unsere Ziele sind also die Poolung von Raumressourcen zur schnellen und auch kosteneffizienten Schaffung von Infrastruktur, denn Universitäten sind eins und das wissen wir doch relativ langsam in der Umsetzung von neuen Projekten oder auch neue IT-Infrastruktur. Und zweitens der Optimierung bestehender Kapazitäten statt auch einen Aufbau von Doppelstrukturen, wie zum Beispiel an der Charité, dazu erzähle ich gleich mehr. Das erinnert natürlich auch ein bisschen an den Talk von Herrn Biada vorhin, dass weniger manchmal dann auch mehr sein kann. Und dass wir natürlich ein attraktives Angebot für Lehrende und Studierende schaffen wollen, wo Lehrende möglichst viel Zeit in die Vorbereitung der Lehre und Prüfung stecken können, ohne zum Beispiel doppelte Prüfungsversion oder ähnliches erstellen zu. Um ein bisschen plastischeres Gefühl dafür zu gewinnen, wovon ich eigentlich hier spreche, habe ich Ihnen drei Beispiele mitgebracht, die uns ein bisschen durch den Talk begleiten werden. Das erste Beispiel ist der Studierfähigkeitstest für den Bachelorstudiengang an der Humboldt-Universität. Das ist ein Test, der vor Beginn des Wintersemesters jedes Jahr stattfindet und allgemeine Intelligenz und Textverstehen etc. abprüft. Das heißt, es werden alle StudienbewerberInnen aus ganz Deutschland zu diesem Test geladen. Es erscheinen hier circa 600 erwartete TeilnehmerInnen. Ein anderes Beispiel kommt aus dem Lehramtsstudium an der FU Berlin. Genauso wie an den anderen Universitäten in Berlin studieren sehr viele Menschen mit Lehramtsoptionen an der FU. Circa 1200 Studierende beginnen pro Jahr ihr Lehramtsstudium an der FU. Hier hatten wir letztes Jahr, letztes Semester, eine Prüfung mit ungefähr 700 TeilnehmerInnen zum Thema Lernförderung und Lernmotivation. Das dritte Beispiel, mit dem wir uns konfrontiert sehen und an dem ich ein bisschen die Chancen und Herausforderungen von digitalen Präsenzprüfungen und Verbund beschreiben möchte, sind die ukrainischen Zulassungsprüfungen für den Bachelor und für den Master. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine werden diese Tests nicht mehr zentral in der Ukraine durchgeführt jedes Jahr. Sie sind ungefähr vergleichbar wie unsere Abiturprüfung, sondern dezentral gleichzeitig in 26 unterschiedlichen Ländern, darunter auch Deutschland. Diese Tests finden einmal jährlich, wie auch dieses Jahr wieder, im Juni und Juli statt, das heißt in der Vorlesungszeit und in der vorlesungsfreien Zeit und es werden circa 1200 TeilnehmerInnen erwartet. Wie würde das jetzt aussehen, wenn die jeweilige Uni dieses Konzept oder diese Anfrage alleine stemmen würde? Dafür möchte ich ganz kurz und knapp, aber wenigstens mit Bildern unterlegt, ein bisschen die Konzepte der einzelnen Universitäten beschreiben. Hier sehen Sie den Prüfungsraum der Humboldt-Universität mit ungefähr 100 Sitzplätzen. Hier werden seit 2022 digitale Präsenzprüfungen angeboten. Das ist ein teiloffener PC-Pool-Raum, das heißt, es gibt zum Teil Lehrveranstaltungen in diesem Raum, zum Teil ist dieser Raum aber auch als PC-Pool für die Studierenden frei verfügbar. Die Freie Universität Berlin verfügt über ein bisschen anderes Konzept. Sie können seit 2013 auf Erfahrungen in digitalen Präsenzprüfungen zurückgreifen. Hier sehen Sie abgebildet die beiden E-Examination Center mit insgesamt circa 340 Sitzplätzen. Das sind allerdings wirklich dedizierte Prüfungsräume. Das heißt, diese Prüfungsräume werden in der Regel für nichts anderes benutzt außer Hochschulprüfungen. Die Technische Universität wiederum verfolgt nochmal ein ganz anderes Konzept. Ich schaue mal kurz auf die Uhr, wunderbar. Sie verfolgt wiederum ein ganz anderes Konzept. Sie haben eher ein Mischkonzept. Zum einen auf der linken Seite abgebildet haben Sie Laptops, die Sie zu Beginn einer Prüfung ausgeben und nach Ende einer Prüfung wieder einsammeln. Darüber hinaus gibt es an der TU aber auch offene PC-Pools, auf der rechten Seite abgebildete Mathematikgebäude, die Studierenden jederzeit zur Verfügung stehen und während der vorlesungsfreien Zeit für Lehrveranstaltungen und Prüfungen genutzt werden. Die Charité Universitätsmedizin hatte ich ja vorhin schon einmal kurz erwähnt, dass die darauf aktuell vermeidet Doppelstrukturen aufzubauen, hat selbst noch kein eigenes Konzept. Hier finden seit 2022 Präsenzprüfungen statt, allerdings in den Räumen von der HU, FU und TU, da die Charité Universitätsmedizin, da fehlt ein T, sehe ich gerade bei Universitätsmedizin, noch keine eigenen Kapazitäten aufgebaut hat und auch erst seit Beginn von Corona mit digitalen Prüfungen begonnen hat. Das heißt, Sie können jetzt aktuell unsere Kapazitäten nutzen, um eigene aufzubauen und herauszufinden, was die Bedarfe sind in den medizinischen und gesundheitswissenschaftlichen Studiengängen. Wenn wir jetzt hier wieder die Beispiele heranziehen, was würde das also bedeuten, wenn diese durchgeführt werden würden in den eigenen Häusern? Der Studierfähigkeitstest der Psychologie würde drei volle Tage beanspruchen, wenn wir sagen, dass wir zwei Spots im Tag durchführen. Die Prüfung dauert drei Stunden, einmal morgens und einmal nachmittags. Das ist natürlich für eine Prüfung, wo BewerberInnen aus ganz Deutschland anreisen, ein massiver administrative Overhead. Für die Prüfung des Lehramts würde man die Prüfung zwar mit zwei Durchgängen, sage ich mal, wuppen können, aber die Lehrenden würden natürlich einen massiven Vorteil von digitalen Prüfungen verlieren, nämlich dass die Prüfungserstellung doch zum Glück etwas schneller geht, weil sie zwei Prüfungsversionen erstellen müssen. Also wenn die Studierenden des ersten Durchgangs, mit den Raumverlassungen können sie natürlich mit Studierenden sprechen, die dann in den Prüfungsraum gerade treten, was natürlich dann nochmal einen großen Aufwand für die Lehrenden bedeutet, insbesondere bei einer Lehrveranstaltung von über 700 TeilnehmerInnen. Das heißt, dort ist der Betreuungsaufwand an und für sich schon relativ hoch. Das dritte Beispiel sind die ukrainischen Zulassungsprüfungen. Nicht nur, dass hier sehr viele TeilnehmerInnen allgemeiner erwartet werden, sondern man kann auch einfach nur wenig Termine zur Verfügung stellen. Entweder hat man wie die FU vor Beginn der Prüfungszeit relativ viele Raumkapazitäten, aber dann gar keine Prüfungskapazitäten, wenn es in die Prüfungszeit geht. Oder man hat für die HU und TU Raumkapazitäten in der Prüfungsphase, aber halt eben nicht vorher, weil die Räume entweder als dafür stehen müssen. Das heißt, Kooperationsprüfung nach unserem Konzept Sharing is Caring müssen her. Ich habe jetzt zwar nur einmal ganz kurz einen kleinen Überblick gegeben über das Angebot, das wir hier verfolgen. Sie sehen auch schon auf dieser oberflächlichen Ebene, dass sich die Konzepte wirklich sehr, sehr stark voneinander unterscheiden. Dabei habe ich sowas wie Technik oder Betriebssysteme oder die Server-Struktur dahinter noch komplett ausgeklammert. Das andere, das deutlich wird, das andere habe ich jetzt ein bisschen vorbegriffen, ist, dass die gemeinsamen Kapazitäten, wenn wir unsere Ressourcen holen, hier bei ungefähr mehr als 800 Prüfungsplätzen liegen. Das ist natürlich eine ganz schöne Hausnummer, so dass wenn wir unsere Raumressourcen dort teilen, doch sehr viele große Prüfungen abdecken können und ein gutes Angebot für deren Wunsch, die die untergeben können. Den zweiten Punkt, wie gesagt, habe ich gerade schon ein bisschen vorweg genommen. Man sieht, dass die Konzepte sich sehr, sehr stark unterscheiden, aber wie bringt man die denn jetzt für eine Kooperationsprüfung zusammen? Da möchte ich nur einmal ganz kurz darauf eingehen, wie funktioniert das eigentlich von der Anmeldung bis zur Durchführung. Das ist aktuell bei uns noch ein relativ händischer Prozess, kann aber ein bisschen verdeutlichen, wie wir arbeiten. Bei uns sind die meisten Kooperationsprüfungen sehr, sehr große Veranstaltungen, die wir mit eigenen Kapazitäten nicht abdecken können. Aber es kann auch sein, dass Lehrende zum Beispiel einen Prüfungstermin anfragen, der bei uns bereits belegt ist an der FU, aber an der HU oder TU gibt es freie Raumkapazitäten. Das bedeutet, wir sprechen mit den Lehrenden, finden heraus, was genau sie brauchen und wenden uns dann an unsere E-Assessment Alliance-Kolleginnen, EAA, um alles Weitere zu organisieren und abzustimmen. Wenn der Prüfungstermin dann steht, kommt es zum, was ich hier Kompabilitätscheck genannt habe. Das heißt, dann fängt eigentlich das Eingemachte an mit der technischen Vorbereitung, der organisatorischen Vorbereitung. Hier müssen dann insbesondere auch die Prüfungszentren geöffnet werden für eine Nutzung auf einer anderen Prüfungsplattform. Das bedeutet, die TU muss ihre Laptops, beziehungsweise die Prüfungszentren oder die PC-Poolräume öffnen, dass wir unsere Plattform von der FU, nämlich Lplus Teststudio, nutzen können. Und die FU muss zum Beispiel für TU-Prüfungen die Prüfungszentren mit per Laulist dann freischalten für die Moodles der TU oder auch HU. Das ist natürlich mit einem sehr, sehr großen Aufwand verbunden und man muss auch stets sehr viel testen. Deshalb habe ich hier aber auch nochmal ein Sternchen dran getan. Zum einen soll das Sternchen heißen, ja, hier steckt eigentlich, sag ich mal, das Kernproblem drin, aber auch, dass wenn der einmalige initiale Aufwand erfüllt ist, dass es sich dann doch ein bisschen leichter gestaltet zukünftig, denn wenn die Kompabilität einmal besteht oder Interoperabilität, dann können Kooperationsprüfungen in Zukunft leichter durchgeführt werden. Anschließend findet dann eine Kommunikation an Studierende und Lehrende statt, die sie halt darüber informiert, an welchen Standorten sie jeweils auftauchen, sollen, müssen, dürfen. Bisher haben wir das immer nach den Nachnamen der Studierenden eingeteilt. Also die Studierenden A bis G mit dem Nachnamen kommen bitte an die Standorte der FU und die Studierenden von H bis M an die der TU. Am Prüfungstag selbst sind dann Mitarbeiterinnen von allen, von der E-Assessment Alliance an allen Standorten vor Ort und sorgen für einen reibungslosen Ablauf und auch einen gleichzeitigen Prüfungsstart, sodass ganz egal, in welchem Standort man geprüft wird, für die Studierenden kein Nachteil entsteht. Ja, wenn wir jetzt das Ganze anwenden auf unsere Beispiele, die ich mitgebracht habe, dann sehen wir bei dem Studierfähigkeitstest der Psychologie, dass diese ganze Testprüfung an einem Tag an drei Standorten durchgeführt werden kann und nicht wie zuvor an drei Tagen. Die Lehrabendsprüfung kann mit nur einem Durchgang und auch nur einer Prüfungsversion durchgeführt werden und die ukrainischen Zulassungsprüfungen, die wir im letzten Jahr schon durchgeführt haben und auch dieses Jahr wieder durchführen werden, können halt doch deutlich mehr Termine angeboten werden, dass Studieninteressierte oder Geflüchtete doch je nach Lebenssituation sehr viele unterschiedliche Termine zur Wahl haben, wann sie dann diese Zulassungsprüfung absolvieren möchten. Ja, jetzt habe ich relativ viel erzählt, wie toll das doch alles ist und wie gut das funktioniert. Kurz zur Erinnerung waren die Ziele oder die Chancen, die wir sehen durch unsere Kooperationsprüfung, dass wir halt ein schnelles Angebot schaffen können, das gerade die aktuell hohe Nachfrage bedienen kann, dass wir damit auch unsere bestehenden Ressourcen nutzen und dadurch auch eine langfristige Kostenreduktion herstellen können, wenn nicht neue Infrastruktur geschaffen werden muss oder bestehende ausgebaut werden muss und dass wir halt einen gleichbleibenden Aufwand für Lehrende haben, beziehungsweise auch für Studierenden ein attraktives Angebot machen. In allem Betracht der Zeit, wunderbar, kann ich noch kurz von den Herausforderungen berichten, die bestehen vor allem auf der Ebene der technischen Voraussetzungen in den jeweiligen Testzentren in Bezug auf die Logistik und Vorbereitung der einzelnen Prüfungstermine und natürlich auch nochmal auf einer rechtlichen Komponente. Ich verbinde das jetzt hier ein bisschen mal mit unseren Learnings, die wir bisher aus der Kooperation gezogen haben. Das Erste ist die technische Komponente. Das Testen von diesen unterschiedlichen Kooperationsprüfungen ist wirklich sehr, sehr, sehr herausfordernd und es gibt dann doch Sachen, die man einfach nicht bedenkt. Wir hatten zum Beispiel bei dieser Lehramtsprüfung, die dieses mittlere Beispiel dargestellt hat, sehr intensiv getestet, aber als es dann zur Prüfungsdurchführung kam, ist uns quasi alles abgeraucht und der Proxyserver ist leider in die Knie gegangen. Die Studierenden konnten zum Glück noch am selben Tag die Prüfung ablegen, aber nur unter massiven Einschränkungen. Das heißt für uns das wichtigste Learning ist, wenn man jeweils eine Prüfung erstmal durchführen möchte an einer anderen Universität, bei einem Kooperationspartner, dass man auf ein formatives Szenario als Pilot dort zurückgreift. Damit kann man dann auch mögliche Konsequenzen für Lehrende und Studierende reduzieren, dass etwas schief gehen sollte. Das zweite ist die Logistik. Das ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen bei diesem Kreisablauf, den ich gezeigt habe. Das ist natürlich auch noch mit einem massiv hohen Personalaufwand verbunden, so eine Kooperationsprüfung durchzuführen, wenn wirklich an jedem Standort, in jedem Raum ein Mitarbeiter der jeweiligen Universität noch mal vorhanden sein muss. Also neben den Lehrenden selbst, die natürlich eine Aufsicht stellen müssen. Da ist unsere Empfehlung oder das ist, sage ich mal, das, was wir für uns daraus gelernt haben, dass wir schrittweise einfach Aufgaben abgeben müssen an die Mitarbeiterinnen beziehungsweise an die KollegInnen vor Ort. Die dritte Komponente ist die, sage ich mal, Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit. Das ist natürlich ein herausforderndes Szenario, weil ja den Studierenden einfach durch die unterschiedlichen Standorte kein Nachteil entstehen darf bei der Teilnahme. So hatten wir zum Beispiel mal bei einer Prüfung an der TU, da hatten wir eine Herausforderung. Die TU hat in dem PC-Pool-Raum ausschließlich QUERTI-Tastaturen und an der FU haben wir ausschließlich QUERZ-Tastaturen. Das ist jetzt bei einer Prüfung, die Hystologie und Embryologie, wo es einfach Multiple-Choice-Aufgaben gibt, nicht weiter will, aber bei einer Prüfung der Gesundheitswissenschaft, zum Beispiel von der Charité, wo sehr viel Freitext geschrieben werden wird, doch eine große Herausforderung. Das hat dann dazu geführt, dass wir von der FU einfach mit 60, 70 Tastaturen angereist sind und allen Studierenden zu Beginn der Prüfung der Tastatur in die Hand gedrückt haben und gesagt haben, doch bitte diese zu nutzen. Also das heißt, man muss dann je nach Szenario eine rechtlich vergleichbare Prüfungsbedingungen schaffen. Genau, insgesamt betrachtet können wir aber sagen, wir laufen aktuell sehr, sehr gut mit unserem Kooperationskonzept, haben da auch eine hohe Nachfrage, insbesondere an großen Prüfungen, zuteil aber auch an kleineren Prüfungen, wenn sonst die eigenen Raumkapazitäten schon besetzt sind. Noch kurz zu einem Ausblick. Das eine ist, dass wir eine Website nochmal veröffentlichen wollen für Lehrende zu den unterschiedlichen Prüfungsszenarien, gerade bei institutionsübergreifenden Kooperationsprojekten ist es doch, sag ich mal, schwierig, ein gutes, transparentes Angebot für alle zur Verfügung zu stellen. Das ist, sag ich mal, so der nächste Schritt, aber das, sag ich mal, auch viel interessantere ist, ein gemeinsames Buchungssystem, das wir schaffen wollen, wo Lehrende Direktprüfungen anfragen können und unabhängig von ihrer Universitätszugehörigkeit dann vielleicht auch auf andere Raumressourcen verteilt werden könnten, sodass dann zum Beispiel FU-Prüfungen auch ausschließlich an der TU stattfinden, wenn dort freie Kapazitäten sind und gegen Sitz zu öffnen. Ja, das war's von meiner Seite. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie mich erreichen wollen, sehen Sie dort meine E-Mail-Adresse, miriam.kosch.fru-berlin.de oder wenn Sie allgemeine Fragen haben an das Projekt der E-Assessment Alliance, können Sie uns auch sehr gerne kontaktieren, i-assessment-at-berlin-university-alliance.de. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.